Es ist das Jahr 2020. Und es ist seit zwei Monaten für mich zur Normalität geworden, Freunde sterben zu sehen, Bomben zu hören und den Boden unter den Füßen aufs Tägliche zu verlieren. Wie konnte ich mich jemals über irgendetwas beschweren? Jetzt verstehe ich, wie perfekt mein Leben war mit all seinen kleinen und großen Problemchen. Dies ist kein Film, den man abschalten kann. Und nein, Realität hat nicht immer ein Happy End. Jeder Armenier, der nach Arzach kommt, fängt automatisch an, freier und tiefer zu atmen. Sehen sich diese Natur an, diese Berge. Es ist ein Teil von uns. Jeder Besucher, der nach Arzach kommt, empfindet die Welt von Arzach auf eine ganz eigene Art und Weise, prägt sie aber mit Sicherheit für immer ein. Es ist unmöglich, über Arzach in der Vergangenheit zu sprechen. Wir machen uns mal wieder auf den Weg von Jedewann nach Arzach. Eine Reise, die für jeden Armenier ganz natürlich ist. Der Weg ist der gleiche. Die Gefühle und die Gedanken völlig anders. Es herrscht eine Belastung auf der Seele. Ein Gefühl, als würde man Teil einer großen Auswanderung sein. Der Stau von den Menschen, die gezwungenermaßen auswandern müssen, gleicht einem modernen Genozid. Ein Völkermord, wie unsere Vorfahren schon 1915 erlebten. Wir sehen vorbeifahrende Autos. Manche versuchen, ihre Habseligkeiten so gut es geht zu retten. Andere versuchen, sich jeden Stein und jeden Baum von der Heimat ein letztes Mal einzuprägen. Für die anderen ist es eine Fahrt in die Ungewissheit. Liebe Zuschauer, ich weiß, dass Sie weit weg sind von dem, was hier gerade geschieht und dass das Leben vor allem dieses Jahr voller Hürden und Belastungen war. Wir alle führen unsere ganz eigenen persönlichen Kämpfe im Leben. Doch für diejenigen, die daran interessiert sind, wie die Gerechtigkeit und vor allem die Menschlichkeit heute vor unseren Augen gebrochen, von den Medien verschweigt und kaltherzig übersehen wurde, dem bitte ich, sich kurz vorzustellen, wie es sich anfühlen muss, sein Haus eigenhändig zu verbrennen, um sich glauben zu lassen, dass dies nicht auch noch der Feind mitgenommen hat. Wie lange zusammen, was sie neu, hat sich jetzt, was sie gefiel. Ich habe eine solche Hölle auf der Fall. Ich werde das Wolle, ihr Hohen aufbauen. Ich habe die Hohen auf, ich habe die Hohen auf. Ich habe mich in die Hohen auf. Ich habe mich ohne dich, was sieσ帅. Ich habe mich in die Hohen auf, dass ich dich wiederum. the world of Shabbat, a reasonable amount of time. Es gibt beiden 2 Sachen. Das ist eine Frau, die ich nicht mehr. Es ist eine Frau, die ich nicht mehr an... Ich habe einen Mann, Alles begann im September, als die Streitkräfte von Aserbaidschan mit Hilfe von Türkei und internationalen terroristischen Söldnern Arzach überfallen haben. Arzach oder die Republik von Berg-Radabach ist international nicht anerkannt, aber ist seit tausenden von Jahren ein armenisches Wohngebiet, wo Armenier immer lebten. Abgesehen von den kriminellen Handlungen im Laufe des Krieges, der 44 Tage dauerte, die Benutzung von verbotenen Waffen, der Beschuss auf friedliche Siedlungen, die Zerbombung von Kirchen und Krankenhäusern, sind die Arzacher heute nicht nur gezwungen, ihre Häuser, sondern auch ihr Kulturgut und ihre Kirchen zurückzulassen. Wir befinden uns hier in Arzach, in Karwajar, in eines der heißen Quellen, natürlichen heißen Quellen, die wir so gut kennen von unserer Kindheit und unserer Jugend. Heute ist der letzte Tag, wo wir diese heißen Quellen genießen dürfen. Wir haben schon gezwungenermaßen die Gebiete Jabrail, Zangilan, Hardrut, Fisuli und Shushi sowie Teile von Martoni und Marta Gerd an Azerbaidschan übergeben und in wenigen Tagen müssen wir uns auch von Kelbajar, Lachin und Lachdam verabschieden. Die Orte, wo Armenier seit tausenden von Jahren gelebt und aufgebaut haben. Wir haben sehr viel die Einladung, dass wir die Noche in den Augen. Ich glaube, ich habe einen schönen Tag. Join me in 30 years, in 30 years, I started to get into the own world, I stammered Jez, uncle war's Hirschrugger. I came here with the great people and came here, my friends and friends. But I have to tell you that I have to achieve that goal the Turkicat forces to satisfy your heart. I can't believe you in 1.5 years in charge, I'm glad you are here and that's so beautiful and good. But I can't believe you in your Judaism, my wonderful people. Ich habe keine Angst, aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich bin ein Mensch. November an Aserbaidschan abgegeben werden müssen, befinden sich hunderte Denkmäler historischer und kultureller Bedeutung. Was für ein Schicksal erwartet ihn? Was für ein Schicksal erwartet unseren Kirchen, unseren Klöstern und unseren Khachgars, wenn sie einst unter die Herrschaft von Aserbaidschan gelangen? Hier befinden sich Khachgars, die 800 Jahre alt sind, älter als die aserbaidschanische Nation. Die Kirchenväter von Darivank weigern sich, das Gebiet zu verlassen, damit ihr Kulturerbe nicht ohne Aufsicht bleibt. Wenn ich jemals an Gott gezweifelt habe, verstehe ich jetzt, warum es wichtig ist, ihn ganz nah bei sich zu haben. Der Text im Auftrag von Lena Wenn du in die Augen eines Menschen schaust, der an drei Kriegen teilgenommen hat, seinen Sohn begraben, sein Land verloren und sein eigenes Haus verbrannt hat und nicht weiß, wie es weitergehen soll, ist der Glaube die einzige Kraft, welcher vor dem Tod retten kann. Denn das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Es fällt mir schwer, über Arzach in der Vergangenheit zu sprechen.